40 Leute in einem Saal aus über 40 Ländern, das ist das beste Gefühl, was international heißt. So viele Sprachen und Menschen auf einem Haufen. So viele Sprachen und Menschen auf einem neuen Incomer sind, das ist eine große Herausforderung, die in einem neuen Incomer sind. Normalerweise, wenn man in eine neue Stadt kommt, man muss ein paar Bürokraten herausfinden, man muss ein paar Bürokraten herausfinden. Normalerweise, es passiert oft, dass man nicht zu wissen, zu welchen man muss, wann man einen speziellen Verlangen hat. Hier sind wir immer die Zeit, durch diesen manchmal ungewöhnlichen Prozess. In den nächsten 2.3. Ein paar Bürokraten und seine Läste. Was für ein schönes Gefühl das ist, wenn jemand für dich da ist oder eine Person, zu der du gehen kannst, um deine Fragen zu klären und der sich um dich kümmert. Das war's für ein schönes Gefühl. Neue Stadt, neue Freunde, warte, warte, nur ein Wort, neues Glück. 25 Januar. Das macht so viel Spaß, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Das ist wie selber jedes Semester eine Rasmus im Wasser zu machen. Das war's für ein schönes Gefühl. Das war's für ein schönes Gefühl. Das war's für ein schönes Gefühl.